Konnichiwa Summers und Sons und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesessen von in New Beginning. Ja, es wird mal wieder Zeit, denn es war wieder mal eine lange Zeit Ruhe, hier mit zwei Parts kamen vor einer langen Weile mal und ich dachte mir, jetzt ist es mal Zeit, ein bisschen voranzugehen, denn ich habe mal gelesen, das Spiel so ungefähr 18 Spielstunden umfassen, circa und wir haben gerade mal, glaube ich, zwei, drei Stunden, das heißt, wir sind gerade mal so am Anfang und wir müssen ein bisschen vorankommen und die Story, hat auch was mit Story zu tun und wenn man zu lange, wenn ich jetzt zu lange, beachten will, dann vergesse ich selber die Story und vor allem die Zuschauer und das ist natürlich doof und deshalb machen wir einfach mal weiter. Ich habe mich jetzt so ein bisschen schlau gemacht, wo wir überhaupt sind, also habe mir das letzte Video nochmal angeguckt, ja und bin nochmal zum Entschluss gekommen, ja, wie es jetzt weitergeht, also habe mir so ein bisschen Ideen gemacht, habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, was man, was ich beachten sollte und ja, ich versuche das mal umzusetzen, weil, wie gesagt, das ist eine neue Aufnahme und ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir gemacht haben, aber ich habe mir darum nochmal angeschaut. Also, wir kommentieren. Das ist aber nicht der Freund, von dem du immer sprichst. Nein, das ist Quickie. Puh, gut. Ja, dann benutzen wir das mal. Guten Tag, Sean Ratholt. Ich brauche das Video. Ich nehme die Kamera. Genau, das ist... Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Okay. Das muss wohl diese Ninon Opus Luxe C Spiegelreflexkamera sein. Mhm. Tja. Achso. Aktiviert. Okay. Ich stelle den Selbstauslöser auf etwa eine Minute. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Äh. Okay. Ich stelle den Selbstauslöser auf etwa eine Minute. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Okay. Ja, ich stelle den Selbstauslöser auf etwa eine Minute. Ich glaube, ich muss mich gar nicht beeilen. Äh. Lieber nicht. Eine Kamerafunktion war auch mal für das ZFG geplant. Schade, dass es dazu noch nicht gekommen ist. Warte, 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 ist das hier offen? Eine kleine durchsichtige Box zur Lagerung von Artefakten. Ja, kann man sie äh, zurückschicken. Guten Tag, Schorretto. Ist dies nicht... Warte, ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Ich möchte etwas anderes bestellen. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Nein! Ah, jetzt... Okay. Nochmal. Guten Tag, Schorretto. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Ich glaube, ich habe jetzt... Ich habe eine Kamera. Gut, gut, gut. Okay, alles klar. Ähm. Ach so, genau. Ja, ich habe so lange nicht mehr gespielt. So. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. So. Jetzt haben wir es abgeschickt. Denn jetzt sind, glaube ich, haben wir ein Foto von, wo wir sind. Guten Tag, Schorretto. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. So, jetzt schauen wir mal an. Moment. Ah, da ist es. Das da rechts muss das Video sein. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. Alles klar. Ich glaube... Guten Tag, Schorretto. Ist dies nicht Ihr Name? Loggen Sie sich unter Ihre... Ich möchte etwas anderes bestellen. Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakte wieder zurück. Ich bin fertig. Dann bestellen wir jetzt mal die Kiste. Guten Tag, Schorretto. Äh, genau. Ich will das Artefakt mit der Nummer 34 76 89 70 99 87. Das Behältnis mit der ID 34 76 89 70 99 87 ist leer. Möchten Sie dieses Artefakt trotzdem bestellen? Ja. Genau denn, jetzt können wir da Doppi schreien. Passt. Tatsächlich, ich passe hinein. Alles klar. Kannst du Quickie bitte sagen, er soll die Kiste zurückschicken? Das fänden meine Freunde aber nicht in Ordnung. Bitte, tu mir diesen Gefallen. Ich störe dich danach auch nie wieder. Meine Freunde sagen, ich darf keine Menschen in der Box wegschicken. Ich darf keine Ausnahmen machen. Geht nicht. Nein. Ich koche dir und deinen Freunden auch was. Das würdest du tun? Wir haben oft Hunger. Klar. Versprochen ist versprochen. Okay. Sag Bescheid. In zehn Minuten musst du diese Box hier zurückrufen. Okay. Danke. Du bist mir eine große Hilfe. Diese Box ist viel größer als die anderen. Da würde ich ja sogar reinpassen. So. Du kannst mich jetzt wegschicken. Okay. Schick sie weg. Und wir sehen dich nie wieder, du alte Quasi-Struppe. So viel redet er ja nicht. Moment. Meine Kopfhörer mal kurz richten. So. Kaputte Box. Kaputte Box. Box. Da ist er. Das ist die Box mit den Videokassetten. Sie klemmt. Ah. Wir haben einen Schraubzieher. Bis. Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal was Salvador sagt. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Hoffentlich. Wegen dieser Box konnten die Videokassetten nicht hochgefahren werden. Verstehe. Kisten. Dafür würde ich Jahrzehnte brauchen. Und das meiste würde mich nicht mal interessieren. Eine Unmenge an durchsichtigen Boxen. Okay. Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht wie lange. Zehn Minuten. Eine halbe Stunde. Nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Hallo? Zeitleitstelle bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Was ist das? Echos. Von den anderen. Und Ben Svensson ist unser Rett. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, ein... M. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Wieso bist du in der Leitung? Delvin hat unser Funkgerät repariert. Wir können uns jetzt jederzeit kontaktieren, wenn sich etwas Neues ergibt. Etwas Relevantes. Etwas Wichtiges. Etwas, was die Mission weiterbringt. Esterisches Rumgestammel stand aber nicht auf der Liste. Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Wow, gratuliere. Das unterscheidet dann wohl einen Profifunker wie dich von einem Laien wie mir. Wenn ich funke, dann bekomme ich immer nur klare Nachrichten rein. Nein, du verstehst mich falsch. Ich habe mich selbst gehört, aber nicht mich jetzt, sondern später. Ich meine, ich habe etwas gesagt, was ich noch nicht gesagt habe. Wir funken durch die Zeit. Was erwartest du? Sagt dir der Name Ben Svensson etwas? Svensson? Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es. Ja, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Nein, ich meine, das ist es. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Ich habe das Tape. Ich habe sogar zwei Tapes. Eines von der Katastrophe und was noch viel interessanter ist, die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her! Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort. Ich bin sofort da. Over and out. Okay. Nette Box. Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das Zweite. So, und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff, die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Wo, 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 wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Du hast ihn... Hier, das Konferenzvideo kannst du behalten. Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokus-Pokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was? Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es... es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf den Videos. Zur Konferenz wären wir eine Woche früher da. Und wir hätten mehr Zeit, den Grund für die Katastrophe zu finden. Hm. Guter Punkt. Und weiter? Wenn es uns nicht gelingt, das Kraftwerk direkt vor Ort zu retten, dann ist die Mission gescheitert. Wir erhöhen unsere Chancen, wenn wir im Vorfeld alles versuchen, das Unglück auf anderem Wege aufzuhalten. Macht Sinn. Was noch? Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Das wird sich zeigen. War das jetzt alles? Reicht dir das noch nicht? Also gut. Ich lasse dich auf die Konferenz. Es ist einfach der bessere Weg. Du hast heute viel Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Bohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ihr. Und eines noch. Wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Lebe wohl. Warte! Da sie jetzt hier sind, nehme ich an, sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe ihre sabotiert. Hahaha. Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen. Delvin! Es tut mir leid, Faye, aber ich... Delvin ist wichtiger als du. Er wird von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Aber ich vielleicht. Das Video von der Klimakonferenz, die eine Woche vor dem Unglück stattgefunden hat. In diesem Band schlummert das Atom, das uns weiterführen soll. Bestimmt nicht. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet.